Hey Freunde, Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore Heroes Staffel 4 Und diesmal wieder mit dem Mr. Schrabidi Damidi In der linken Ecke haben wir den Mr. Ich mag Karotten Einen wunderschönen guten Tag ich mag Karotten Und in der anderen Ecke, wer ist denn das dort hinten? Dun-dun-dun-dun Hallo, hallo, hallo Wer bist du, hallo? Ein weiterer Roman, Roman, haben wir einen Hacker? Alter, ist das etwa ein weiterer Mist? Auf ihn, schlag den kaputt! Gib ihm, gib ihm Entschuldigung Jedenfalls, jedenfalls Leute, hier haben wir jetzt dabei den Max, den kennen wir schon eine halbe Ewigkeit Und der ist heute mal hier mit dieser Staffel als Gast dabei Der gute alte Max hier, komm her Und der Max, lass dich mal drücken Das ist ja der Wahnsinn mit dem Max Max ist hier der Neuer Also Max, ich kann dir schon mal sagen, du wirst instant sterben Du hast keine Chance, weil wir sind schon Profis Mach mir nicht Angst, mach mir nicht Angst Ich bin vor allem der Profi, Leute Ich bin der Profi Also ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich bin ja der Hardcore Heroes Champion hier Das heißt, ihr habt eigentlich nichts zu sagen Genau, also Minecraft Hardcore Heroes, was ist das? Wir laufen gleich alle weg, versuchen Ressourcen irgendwie zu sammeln Zur Hälfte der Folge kommen in der Mitte 100% Lucky Blöcke runter, die cool sind Oh, die so richtig cool sind 15 Minuten nach Start der Folge, kriegt ein zufälliger Spiel noch ein Item Und ja, wer stirbt, wer von einem anderen Spieler getötet wird, der ist raus Wenn man normal stirbt, kann ich respawnen Ihr könnt auch nochmal die ganzen anderen Staffeln angucken Staffel 1, 2 und 3 Da wird das alles nochmal ganz ausführlich erklären Genau, genau Wer noch nie Hardcore Heroes geguckt hat, der hat ein halbes Leben verpasst Das heißt, es gibt euch Hardcore Heroes 1, 2 und 3 Und die beste Staffel war 3, merkt euch das Seid ihr ready Spaghetti, Leute Seid ihr ready Spaghetti Und da kann man wahrscheinlich irgendwelche Da kann man wahrscheinlich Kisten finden, ne? Ja, genau Hier wäre ein Mod speziell für die Serie geschrieben jetzt Aber, okay, ich würde euch nochmal sagen Ihr seid alle bereit, ihr habt alle trainiert Und da würde ich einfach mal sagen Ich hab mit Last Minecraft Survival Games gespielt Und vergesst nicht die Mikrofone anzumachen, okay? Genau, also wir machen jetzt alle ingame die Mikrofone erst und muten uns Yes Okay, das heißt wir muten uns jetzt Hallo? Hallo? Hallo, hört mich jemand? Guten Tag! Max, kannst du mich hören? Ja, ich hör dich, ich hör dich Ich hör dich auch, Max Aber wo sind die anderen? Jedenfalls, das sieht so aus Wir können jetzt ingame miteinander reden Leute, hört ihr mich? Yo, hi Flo, was geht man? Was ist mit Lars? Wo ist Lars? Kann man mich jetzt hören? Ja, das kann man hören! Alles klar, dann start das Ding jetzt Go, 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 go! Los geht's! Hardcore Heroes Staffel 4 Ihr werdet alle sterben Ihr werdet verlieren Haut rein, Freunde Ich gewinne das Ding Tag 1 Okay, Leute Da Hi, wer ist denn bei mir? Ja, da sind die ganzen Fokus bei mir in der Nähe Jedenfalls, meine Freunde Wir sind jetzt bei mir Alter, das ist hier die erste Oh, oh! Mich hat eine Schlange angegriffen Nein! Oh, lol, ist das dumm, ey Ich hab, oh nein Ich hab hier jetzt erst angefangen Und ich hab jetzt Poison 3 bekommen von der Schlange Ist aber jetzt nicht so schlimm Weil wir sind nämlich hier ganz frisch bei Hardcore Heroes Staffel 4 Ich begrüße euch natürlich alle nochmal ganz dolle Wir können uns hier schon mal den ersten Lucky Block sichern Weil wir nämlich am Spawn schon ein bisschen geguckt haben Und so wie es aussieht, haben wir hier Lucky Potions, ja Lucky Potions kennen wir glaube ich ebenfalls schon Die gab es in der letzten Staffel auch schon Da hab ich ehrlich gesagt am Anfang nicht gewusst, was die Dinger machen Aber dann, als mich eines von den Dingern umgebracht hat in einer anderen Staffel Hab ich herausgefunden, wie die Dinger funktionieren Ähm, jedenfalls die Staffel wird so aussehen Das Problem ist, wir haben hier kein, äh, äh, Dingsterbumster, kein Essen und sowas in der Art Na, das heißt wir müssen hier irgendwie mal ein bisschen Holz und sowas abfarmen Damit wir erstmal Essen und sowas am Start haben, was super wichtig ist Und, ihr habt grad eben gesehen, es gibt Schlangen und so und Zeug, ja Heißt also, hier gibt's diesen Mod, dass es hier irgendwie so komische Schlangen gibt Die einen anbeißen, dann kriegt man Poison 3 und stirbt fast, ja Das ist nämlich Hardcore, Hardcore Heroes, ja Und, äh, Hardcore Heroes Staffel 4 ist nochmal mega cool Weil, am Anfang hab ich ja nochmal diesen Atlas da gezeigt, den Flo erklärt hat Den zeig ich übrigens gleich, warte, äh, ich brauch einfach nur noch dieses eine Holz Weil wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, einfach nicht zu verhungern Und verhungern ist wirklich das Schlechteste, was man hier machen kann So, äh, wir nehmen jetzt erstmal hier den Crafting Table Und dann bauen wir uns am besten erstmal hier so ein bisschen was an, äh, äh, wunderschönen Schwertern Beziehungsweise so ein kleines Schwertchen wird wahrscheinlich für den Anfang ganz gut sein Weil wir brauchen nämlich erstmal ein bisschen gutes Fleisch von den wunderschönen Kühen, die hier am Start sind Genauso wie die Rabbids, weil die geben ja auch ein bisschen Fleisch, denke ich mal Äh, ich hab jetzt grad gar nichts bekommen Ähm, aber, so wie's aussieht, haben wir Links Haus, ja? Links Haus ist eigentlich schon mal so das Beste vom Besten, was wir bekommen können Denn, das heißt, wir müssen uns kein gescheites Haus bauen Das heißt, wir nehmen einfach so ein Link Haus, das werde ich euch auch gleich noch zeigen, ja? Ich weiß, ich red grad ein bisschen schnell, Problem dahinter ist, wir müssen uns halt beeilen Weil wir sind immer noch ganz schön krass am Spawn, ja? Und, äh, Spawn bedeutet ja meistens eigentlich immer, oh, oh, wir brauchen irgendwie... Warte mal, warte mal, ich weiß, dass wir bauen müssen Ähm, äh, Spawn bedeutet halt immer, dass die anderen ganz gut in der Nähe sind Das heißt, wir holen uns erstmal hier, easy peasy, ähm, eine kleine Spitzhacke Und machen uns hier erstmal einen kleinen Ofen und erstmal Steinwerkzeuge Bis wir halt eben anfangen können zu erkunden, ne? Weil, ähm, ich persönlich hab ja vor, die Lucky Block in der Mitte zu holen Beziehungsweise, das ist jetzt neu in dieser Staffel Es gibt nicht nur einen Lucky Block in der Mitte, es gibt jetzt vier, ja? Weil wir sind nämlich vier Spieler und die Karte ist um einiges größer Ja, weil der Max ist nochmal mit dabei, der Intellektueller, ja? Ähm, der spielt ja jetzt auch nochmal mit Und das heißt, es sind noch mehr Gegner auf der Karte Und das heißt, es ist nochmal ein bisschen komplizierter Aber, dafür gibt's halt eben die Entschädigung, dass es jetzt vier Lucky Blöcke in der Mitte gibt Statt einen, ja? Ist schon mal eigentlich ganz cool Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, das Update Und wir können uns jetzt erstmal hier ein bisschen was zu essen braten, ne? Weil Essen ist eigentlich so eines der wichtigsten Sachen Damit wir nicht die ganze Zeit rumdödeln, ne? Und die ganze Zeit nichts auf die Reihe bekommen Können wir uns hier erstmal ein bisschen Essen machen So, dann machen wir uns, glaube ich, easy peasy mit dem Holz hier Was wir eigentlich da drin hatten So, nehmen wir ein bisschen Holz raus Machen wir uns noch wahrscheinlich, äh, 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 äh Ein paar Sticks Mit diesen Sticks können wir uns dann nochmal eine wunderschöne Pickaxe bauen Und, ganz wichtig ist in so einem Projekt immer Ein Schwert bauen Weil man weiß ja nie, was einen angreift Weil wir wurden ja gerade eben schon ganz am Anfang von so einem komischen Ding angegriffen, ne? Von der Schlange Und das war ja auch irgendwie nicht das Beste vom Besten So, die Steine nehmen wir noch mit Und dann können wir uns gleich hier unser Essen rausholen Weil das mit dem Essen ist halt eben wirklich so eine Sache Wenn man hier vergisst zu essen, ne? Ist eigentlich meistens schon vorbei Wir können allerdings nochmal gleich an den Strand da hinten gehen Ein paar Lucky Potions werfen, ja? Ähm, vielleicht kriegen wir da irgendwas Sinnvolles raus Das irgendwie helfen kann Ich versuche da mal ein bisschen was zu werfen, ne? Uuuuh, das sieht... Was ist das? Was ist das? Das sieht irgendwie ein bisschen rauchig Ach, ich glaube das war einfach nur ne Rauchgranate So, einmal kurz wieder weg Uuuuhuhuhu Ne Eisenrüstung Oh mein Gott, das ist genial Wir könnten jetzt theoretischerweise schon gegen andere kämpfen So, das heißt wieder ganz weit wegwerfen Oh! Ein Pferd! Wir haben... Oh mein Gott, bitte lass mich dich reiten Wunderschönes Pferd Oh! Das ist einfach unser Pferd Oh mein Gott, wir haben ein Pferd Und ne Eisenrüstung bekommen Also ich würde mal sagen, Hardcore Heroes startet ich da schon mal gar nicht mehr so schlecht Das heißt, wir schmeißen hier nochmal kurz ne Lucky Potion Uuuuh! Enchanting Bücher Ich würde mal sagen, es läuft gerade echt gut Fire is back, fire is back Alter, wir können uns so OP machen Das kann so lustig werden So, weiter nochmal eine weitere... Uuuuh, ein Kuchen! Und super viel Essen! Äh, Leute, ich glaube, das Spiel will gerade wirklich, dass ich Hardcore Heroes gewinne Ist das vielleicht? Möglichst, warte mal Das heißt, wir nehmen hier wahrscheinlich das Leder noch weg Und dann nehmen wir auf jeden Fall das gebratene Fleisch noch mit Warte, das gebratene Fleisch brauchen wir bitte So, dann schmeißen wir das Leder weg Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Fleisch Das nehmen wir auch nochmal mit Und die Suppen können wir theoretischerweise auch mitnehmen Und den Kuchen können wir auch mitnehmen So, ähm, ich würde mal sagen, wir haben jetzt eigentlich genug Essen Ja, das ist eigentlich mega cool, was uns gerade eben passiert ist Weil wir haben jetzt einfach 5 Steaks von dem hier Und wir haben so viel zu essen, das ist perfekt Und wir haben ein Linkshaus, ja Ich traue mich gerade noch nicht, weitere Lucky Blocks aufzumachen Weil es mir ein bisschen, äh, naja, peinlich, nicht peinlich ist Sondern es wäre mir peinlich, jetzt alle diese Items hier einfach schnell zu verlieren Aber, was ich jetzt weiß, dass wir uns super schnell fortbewegen können Wieso? Weil wir einfach ein verdammtes Goldpferd haben Und zwar mit einem Pferd, wo wir einfach dorthin reiten können, wo wir wollen Yay! Perfekt, so Das heißt, wir gucken jetzt mal kurz auf die Karte Von der habe ich ja schon mal erzählt So, wir sind jetzt hier immer noch am Spawn Und ich hatte eigentlich vor, zu diesem Diamanten da vorne zu laufen Weil, bei solchen Diamanten und sowas und et cetera, ne Da gibt es halt eben immer diese Spawn Points Beziehungsweise diese Spawn-Sachen, wo man sich halt eben Sachen holen kann Ja, wir haben hier in dieser Welt Haben wir eine ganz krasse Erkundungswelt Das heißt, hier gibt es unendliche Sachen zu erkunden Das heißt, es gibt so viele Kisten, es gibt so viele Geheimgänge und so Und diese Welt, die ist ja nicht einfach so generiert Sondern die ist ja von irgendeinem Typen aus dem Internet gebaut worden, ja Das heißt, das hat hier ein ganzer Mensch gebaut Und der hat das halt eben hier vorgesehen, dass hier halt eben Leute gegeneinander battlen können Und wir sind hier ja schon in einem kleinen Schneegebiet Weil, in dieser Welt gibt es nämlich verschiedene Gebiete, ja Wir haben jetzt hier Schneegebiet Es gibt Wüstengebiet Es gibt Dschungelgebiet Es gibt, äh, Dingsabumse Es gibt eigentlich sauviel, wenn man es mal wirklich so nimmt, so Wir müssen jetzt erstmal hier zu den wunderschönen Diamanten da nach oben Aber zum Glück haben wir unser Pferd, weil das kann nämlich mehrere Blöcke hochspringen Oh mein Gott, ohne Spaß Es kann nicht besser laufen Es kann wirklich gerade nicht besser laufen Also, ich muss sagen, ich habe wirklich Glück, ja Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen wirklich so viel Glück haben Oder das könnt ihr mir nur sagen, weil ich kann ja nicht sehen, was die anderen machen Und ich werde es auch nicht wissen Weil wir werden nämlich alles im Voraus, äh, Dings aufnehmen Das heißt, alle eure Kommentare werde ich leider nur im Nachhinein lesen können Das heißt, wenn ihr mir irgendwie was sagen wollt, hey, pass auf oder sowas Ja, ihr mich warnen wollt oder irgendwie sowas Wird leider nicht funktionieren, da ich nämlich, äh, alles schon aufgenommen habe Und das wird mir halt eben nicht helfen So, ähm, wir haben da unten eine kleine Burg, so wie es aussieht Ich habe sie sogar schon gefunden Ganz wichtig ist einfach nur, dass wir unser Pferd nicht verlieren Weil wenn sie, wenn wir unser Pferd verlieren Das ist, glaube ich, easy, GG, well played Aber, uh, nein, das hat gerade ein bisschen Schaden genommen Warte, äh, Pferdchen, kurz, da hoch Easy, galopp, galopp, das ist so cool Ich hatte noch nie ein Pferd in Hardcore Heroes, das ist so cool So, okay, das heißt, wir haben hier nochmal eine kleine Looting-Box Wo wir bestimmt nochmal was cooles Frau, uh, eine Steinschleuder Mega cool, warte mal Wir können hier definitiv nochmal ein bisschen was ändern Und dann, wir haben hier nochmal ein bisschen was Fleisch und sowas Ne, das brauchen wir jetzt gerade nicht, ne Wir könnten hier eine Friend-Squid oder sowas Kann ich später mal gucken, was das ist Und das ist Makes Bearer Very Lightweight Ah, ich glaube, damit kann ich wahrscheinlich Irgendwie ein bisschen, äh, Dings runterspringen und sowas, ne Warte mal, ah, perfekt Geht das auch mit dem Pferd? Warte mal Müssen wir mal kurz aufs Pferd drauf gehen So, wir gehen aufs Pferd drauf Und dann, ah, und man kann leider nicht das Inventar öffnen Schade Aber, was wir machen können Wir können kurz hier das Item auswechseln Das da hier hinnehmen Dann auf das Pferd drauf steigen Und dann hier diese Feder nehmen Und dann müssen wir mal gucken Ob wir vielleicht auch so langsam runter fliegen können, ne Hier, guck mal, oh, nein Oh, oder? Funktioniert's? Nee, funktioniert nicht mit dem Pferd Oh Gott, wir müssen wirklich auf das Pferd aufpassen Da unten haben wir ein paar Hunde Ich weiß nicht, ob ich schon Knochen am Start hab Aber wir haben hier unten auch schon Ratten rumlaufen Also man merkt, hier sind auch schon ein paar neue Tiere am Start Und wir müssen uns jetzt echt beeilen, dass wir mit unserem Pferdchen Richtung Mitte kommen Weil wir sind, wir haben den Geschwindigkeitsboost, ja Das heißt, wir können hier eigentlich recht schnell nach oben dackeln, ne Dass wir natürlich an den Spawn kommen Und diese vier Lucky Blocks abholen können Und ich muss sagen, wir sind ja nicht schlecht ausgerüstet, ne Ich möchte eigentlich gar nicht in die Mitte gehen, um irgendwie diese Lucky Blocks zu bekommen Ich möchte einfach nur den anderen zeigen, ne Was ich schon habe Weil das ist so derbe unfair, was ich habe Das ist so lustig Ich wollte eigentlich ein bisschen länger in diesem Dungeon da vorne bleiben Aber, ähm, ist ein bisschen zeitknapp Und ich möchte ehrlich gesagt ein bisschen kapieren und ein bisschen die Lage anschauen, ja Wir haben allerdings hier nochmal kurz ein Dingsterbumster Wo wir nochmal ein bisschen looten können So, das Pferd wollte gerade eben nicht Aber das kommt bestimmt gleich mit Wir haben hier, uh, ein TNT Einen Water-Talisman haben wir Wir haben einen Skeleton-Key Und einen Loot-Pad Warte mal Und ein Loot-Pad gibt Bonus-Drops bei Mobs Perfekt, Alter Es kann wirklich nicht besser laufen Das ist so gut Okay, ich lege das hier, glaube ich, wieder hier rein Und ich muss jetzt, glaube ich, warte mal, ne Wir drücken jetzt mal kurz B Und mit B können wir wahrscheinlich hier so einen Talisman anziehen Warte, der Talisman kommt doch da oben Und dann können wir jetzt unter Wasser atmen, ja Ist eigentlich ganz cool Aber unser Pferd möchte gerade nicht Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach mal an Land ziehen Ich weiß nicht, wieso ein Pferd nicht unbedingt Okay, eine Minute bis zum nächsten Drop Pferdchen, du musst da hoch Easy Und wir gehen jetzt auf dich drauf Warte mal So, easy Jetzt kommt, ruf da Ab dafür So, das heißt, wir nehmen nochmal kurz unseren Dings in die Hand Wir sind ja eigentlich schon fast am Spawn, ne Der ist ja irgendwo da hinten, ne, okay Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, wo die anderen sind Weil wir persönlich sind ja gut ausgerüstet, ja Und die anderen wahrscheinlich nicht so Warte mal, hier hinten oder so Aber, glaube ich, auch noch diese eine Schlange, die uns gebissen hat Wenn die uns jetzt nochmal beißen würde Dann würde ich es nicht riskieren, in die Mitte zu gehen Aber jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen leiser sein Weil die anderen uns nämlich sonst hören können Oh Gott, oh Gott Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die anderen mich hören können Da ist noch ein Lucky Block Aber ich bin mir nicht sicher Aber ich werde definitiv dieses Ding da holen Warte mal, ich steig hier nochmal kurz ab Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Truhe auch öffnen kann Während ich Dings bin Während ich auf dem Pferd bin Aber ich denke, ich kriege das wahrscheinlich hin So, wir haben hier links Haus Wir haben hier ein Cookie Ich glaube, ich esse den Cookie einfach mal Oder die Suppe, damit ich hier ein bisschen Dings Futter habe Aber, was wir jetzt auf jeden Fall machen Ist die Suppe wegwerfen und schon mal aufs Pferd gehen Weil wir müssen jetzt in die Mitte Oh, da, 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 da Na, holt dich denn keiner den Drop Duuuhhhh Niemand von euch Flo, geh weg da Flo, geh weg Oh, geh weg Oh, geh weg Hier, komm mal her Hey, mach mein Pferd Oh mein Gott, oh mein Gott Lars hat noch gar nichts, Alter. Ich hab einfach gar nichts gehabt. Alter, Alter. Weißt du, das war mir schon wieder klar. Flo hat irgendwo wahrscheinlich wieder irgendwas gefunden, was so mega krass ist. Und jetzt spielt er wieder damit rum, weißt du? Bei Flo ist wirklich immer dieses Problem. Oh Mann, wie kommen wir jetzt mit unserem Pferd darüber? Das Pferd ist echt gut, weißt du? Ich möchte da ehrlich gesagt, ich glaube, wir gehen einfach wieder den gleichen Weg, wie wir gegangen sind. Und zwar dort über den anderen See. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir vielleicht drüber gesprungen kommen. Naja, das Problem dahinter ist jetzt einfach, dass unser Pferd nur noch zweieinhalb Herzen hat. Viel bringt uns das jetzt nicht. Aber ich glaube, die Nacht müssten wir irgendwie überstehen können. Alter, habt ihr die Dings gesehen? Die Rüstung von Flo? Das ging gar nicht. Ey, das war ja richtig krass, was der da hatte. Ne, das ist Rabbid Stew. Mann, das war so richtig dumm. Ich hätte mehr auf Aggressivität gehen müssen, ja. Ich war ja da. Und Dings, von Dings, von Intellektueller hat man irgendwie nichts gehört. Der war irgendwie wahrscheinlich nicht da. Ja, aber der ist ja auch das erste Mal jetzt erst in Hardcore Heroes, ne. Warte mal, bitte nicht so Pferd, komm schon. Du musst an Land, an Land, auf die andere Seite. Komm, wir müssen jetzt weitergehen. Wir müssen ganz viel looten. Wir müssen ganz viele Sachen finden, ja. Das, was wir gerade eben vorne gefunden haben, ist ja ganz gut. Aber wir müssen mehr finden. Komm, geh da jetzt hoch, Pferdchen. Und wir reiten jetzt weiter in den Süden. Wir können uns schneller fortbewegen als die anderen. Ist schon mal ein großer Pluspunkt. Allerdings gefällt mir das gar nicht, was Flo mir da gerade eben gezeigt hat. Er konnte gerade eben eine Kugel schießen. Eine Kugel, ja. All davor, da war das krass. So, warte, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir lang gehen können. Wir haben hier irgendwie so ein bisschen was an Casteln und so. Da ist dieses Castle gewesen, wo wir gerade eben oben drin waren. Aber da sind jetzt wahrscheinlich schon Zombies unterwegs, wie ich sehe, ne. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Dingsabumse, ein paar Gockels. Ne, wie heißen die? Die heißen nicht Gockels. Oh, guck mal. Ein Bär im Wasser. Hallo, Bärchen. Guck mal. Wie geht's hier denn, Bärchen? Ich bin ein kleines Knudelbärchen. Sag mal, bist du vielleicht ein bisschen aggressiv gegenüber mir? Komm schon, wir sind auch Freunde, oder Bärchen? Ich glaube nicht, dass hier Freunde sind. Ich, wisst ihr was, ich werde hier einfach mal nicht experimentieren in dem Projekt hier, weil ich nicht gerne sterben würde. Allerdings haben wir wirklich schon das Problem mit Flo. Was mir auch nicht gefällt, dass wir hier halt überall diese Dings haben. Die Flüsse. Und weißt du was, ich glaube, ich lasse mein Pferd einfach zurück. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Allerdings, wir könnten uns ja so eine Leine bauen. So eine Leine. Uh, ein, oh, eine Shovel of Stealth. Shovel crafted from Candy of Stealth. Ah, wenn wir die jetzt in die Hand nehmen, werden wir dann unsichtbar? Nö, werden wir, glaube ich, nicht. Aber wenn wir vielleicht irgendwas abbauen mit Gras? Nein, okay, dann wahrscheinlich auch nicht. Aber irgendwie hilft uns die nicht. Effekt applied those hits, weakness and blindness. Okay, ähm, mit dieser Schaufel kann ich also die Gegner irgendwie ein bisschen, äh, Dings machen. Ne, äh, Dings, ich verstehe, was ich meine. Ne, äh, blind machen. Und wir haben ein Schild, ja. Ein wunderschönes Schild. Easy peasy. Oh, oh. Was können wir mit dem Schild machen? Können wir das irgendwie anziehen oder so? Warte mal, was haben wir? Uh, ein Schild, was wir falsch herumtragen. Iiii. Oder wir können das irgendwie ausrüsten oder sowas in der Art. Können wir das vielleicht hier irgendwo ausrüsten? Hier in diese Slots? Nö, ne? Okay, das heißt, da können wir wahrscheinlich nichts ausrüsten. Dafür können wir aber unendlich unter Wasser atmen. Und wir haben hier nochmal ein Squid Sandwich, ja? Und mit einem Squid Sandwich können wir bestimmt auch noch was anfangen. Ich muss allerdings ganz schön viele Sachen wegwerfen. Ich habe am Anfang Angst gehabt, dass ich irgendwie nichts zu essen bekomme. Aber jetzt habe ich schon so viel Essen, dass ich mich kaum noch davor retten kann. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal kurz gucken, wie wir hier weiterkommen, ja? Wir haben jetzt diesen einen Dungeon da halbwegs gelootet und halbwegs gedingsterbumster. Das reicht ja auch schon, ne? Aber ich habe irgendwie super gerne... Also, ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr so ungern das Pferd abgegeben, weil wenn wir die... Uh, ne Lootkiste. Weil wenn wir nämlich die ganze Zeit mit diesem Pferd immer umsteigen müssen, dann habe ich da keinen Bock drauf. So, das ist ein Housepad. Uh, Teleport Home. Oh, warte. Ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Und zwar werden wir immer und zu jeder Zeit werden wir unser Home einfach beim... Oh, das ist genial! Wisst ihr, was wir machen? Oh, ein Blank-Talisman. Warte mal, können wir uns daraus vielleicht einen anderen Talisman bauen, den wir vielleicht benötigen werden, ne? Das wäre, glaube ich, echt genial, ne? Warte, was heißt, wir nehmen hier nochmal kurz das da mit, dann hier, dann Firebomb-Arrow. Können wir vielleicht behalten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den wirklich benötigen werden. Aber ich nehme ihn mal einfach mit. Ähm, mit diesem Dings hier, mit diesem Blank-Talisman. Können wir uns wahrscheinlich irgendwie einen Talisman bauen, der irgendwie besser ist, oder nicht? Oder wie kann man die denn bitte schon benutzen, diese Talismänner? Ich kenne nur die Talismänner, die schon fertig sind. Okay, aber ich habe eine Idee. Ich glaube, solange wir bewegen uns jetzt einfach mal... Wisst ihr was? Ne, wir gehen doch weiter. Aber mit diesem Hausteleport-Pad können wir das jetzt auf jeden Fall so machen, dass wir uns im Notfall wegteleportieren können. Und wir setzen... Oder wir setzen halt eben unser Zuhause direkt beim Spawnpunkt. Das heißt, wenn wir also irgendwie diese Items bekommen möchten... Uuuuh! Der Hardcore-Geist stellt sich zur Probe! Oh mein Gott, ich habe so Glück! Perfekt! Okay, das heißt, ich kriege heute doch noch einen Lucky Block. Das heißt, ich suche mir jetzt eine Farbe der Wahl aus. Easy, easy, lamb, squeezy. Das heißt, ich nehme wahrscheinlich hier kurz das Item raus und nehme Ausdauer. Ja? Set-Score? Okay, perfekt! Du hast einen auf dich abgestimmten Block erhalten. Perfekt! Sind hier fliegende Dämonen? Nein? Bei dir? Hä, was für fliegende Dämonen? Dein Lucky Block! Auf dich abgestimmt! Perfekt! Yeee! Uh, ein Emerald Block! Juhu! Ein Emerald Block! Das ist irgendwie das Unnötigste, was es überhaupt noch gibt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den mitnehmen sollen. Aber daher, dass es ein Modpack ist, könnte sehr theoretischerweise sein, dass der Emerald Block irgendwas Gutes gibt. Ja? Ich schaue einfach mal nach, was man daraus craften kann, weil ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Aber! Wow! Wieso habe ich... Oh! Doch, doch! Dämonenschauer? What the fish? Alter! Äh, ich wurde abgeschossen! Hä? Wer macht das? Alter, hat das irgendeiner von den anderen gemacht? Oh, oh! Was ist das? Aber wir haben Kohle! Kohle! Wow! Warte mal! Das brauchen wir, aber das ist perfekt, Alter! Wir nehmen auf jeden Fall die Kohle mit und mit der Kohle können wir uns jetzt endlich Fackeln machen! Hey! Ich habe mich nämlich gerade eben schon gefragt, wieso es so hell geworden ist. Warte mal, Lootpad brauche ich glaube ich nicht unbedingt oder vielleicht doch. Ne, brauche ich nicht. Komm, schmeiß mal weg. Brauchen wir nicht, weil das ist irgendwie einfach nur, um irgendwie Loots zu bekommen. Ist irgendwie dumm. Das benötigen wir nicht. Aber, was wir brauchen, sind diese Kohleblöcke und ich glaube, mit diesen Kohleblöcken, die ich hier rausbekommen habe, kann ich mir jetzt genug Fackeln bauen. Ist super gut. Ich weiß, ich sollte eigentlich looten und so ein Zeug, aber ich fühle mich hier eigentlich gerade eben auch so ganz gut geborgen. Ähm... Können jetzt noch mal kurz gucken, wo wir Richtung Atlas laufen werden. Und zwar, wir müssen hier einfach nur noch geradeaus laufen, so wie es aussieht. Ich glaube, das ist unser Weg, den wir hier nehmen können. Easy piece, lemon's go easy. Und wir haben ein Schild, ja. Ich glaube, mit dem Schild können wir wahrscheinlich irgendwie was abblocken. Und irgendwie hatte Flo wahrscheinlich so Glück, dass er irgendwie eine komplette Rüstung bekommen hat. Und ich glaube, mit diesen vier Lucky Blocks, die er da irgendwie bekommen hat, hat er jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen was bekommen. Und irgendwie ist Flo jetzt schon ganz schön stark. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der da für eine Rüstung hat. Allerdings werden wir wahrscheinlich irgendwie nachzügeln müssen. So, wir müssen mal gucken, was ihr da rausbekommt. Hallo? Ist da irgendwas cooles? Oh, ein Bogen. Perfekt, Alter. Warte mal, den Bogen tauschen wir gegen den Cookie. Es ist ein Lucky Bow. Ja, ich glaube, vielleicht kann man mit diesem Lucky Bow so schießen, dass man halt eben irgendwie, versteht ihr, dass man da so Lucky Sachen rausholen kann. Oder wir schmeißen einfach mal ein paar mehr Lucky Potions. Schau mal, was da so rauskommt. Da kam jetzt einfach nur Rauch raus, so wie es aussieht. Also irgendwie nichts. Da können wir ja gleich noch eine hinterher schmeißen. Schwarzer Rauch. Ich glaube, schwarzer Rauch ist nicht so gut wie weißer Rauch. Weil, oh, oh, da ist wieder nichts rausgekommen. Okay, das heißt mal gucken, was da rauskommt. Oh, Feuer. Okay, Feuer ist auch nicht gerade das Beste vom Besten. Dann hier wahrscheinlich noch eins weiter schmeißen. Uh, Skelettköpfe und Knochen brauchen wir, glaube ich. Knochen brauchen wir. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Warte mal, doch, doch. Wisst ihr was? Wir werden uns einfach Hunde zähmen. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee, die man einfach nicht verlegen darf. Das heißt, wir nehmen hier einen Raw Fish und schmeißen hier mal kurz die Sachen weg, bis wir einen Hund, äh, bis wir den Knochen da bekommen haben. Und dann heben hier einfach mal alle Knochen auf. Dann können wir uns ein paar Hunde holen. Ich glaube, Hunde sind eigentlich ganz gut zum Kämpfen. Die sind eigentlich richtig okay in PvP. Dann müssen wir jetzt hier nochmal kurz wegrennen und dann nochmal die restlichen Lucky Potions öffnen. Easy, piece of lime, squeezy. Ähm, allerdings laufen wir schon richtig. Und zwar wollte ich nämlich in dieses Schneegebiet reingehen, weil in diesem Schneegebiet gibt es nämlich super, super viel. Ja, super, super viel. Warte mal, wo ist denn unser Atlas? Da ist er. Das heißt, wir müssen jetzt einfach da lang gehen. Easy. Und da ist Isinka, Black Gold, Coldwater, Frostborn und Imrin und Vulkan. Ja, das heißt, in diesem Schneegebiet gibt es einen Vulkan. Ja, ist das nicht cool, dass es dort einen Vulkan gibt? Ich meine, ich persönlich habe ja noch nie irgendwie im Schneegebiet einen Vulkan gesehen. Ich weiß, Schneegebiet ist eigentlich immer so eine Sache, die immer so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, uninteressanter ist. Aber ich persönlich finde es mega cool. Wir haben zwar jetzt noch kein Haus und sowas gebaut, allerdings haben wir ein Teleport-Pad, mit dem wir richtig schön schummeln können. Und zwar werden wir einfach immer, wenn dieses Ding einfach erscheint, werden wir auf der Kiste spawnen. So werde ich mir das einrichten. Das wird perfekt. Und dann schauen wir einfach nur noch nach unten und dann holen wir uns das Ding immer, wenn wir es brauchen. Aber dafür müssen wir uns halt eben unseren Teleport irgendwie verschwenden. Das heißt, wir können uns dann nicht mehr nach Hause teleportieren, sondern müssen das dann irgendwie immer taktisch angehen. So, ähm, gehen wir mal kurz in das Haus hier rein. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier ein paar Öfen. Easy peasy und dann können wir hier wahrscheinlich auch ein bisschen verweilen. Weil ich denke nämlich, dass die Folge nämlich bald auch schon wieder vorbei ist. Wir dürfen jetzt den Enderman nicht genau angucken. Ich hoffe mal, dass der uns jetzt nicht gemerkt hat. Äh, wir sind, glaube ich, schon eigentlich ganz gut auf dieser Eisschneeinsel verfügbar. Wir haben sogar, glaube ich, hier irgendwo unten noch gleich... Äh, nein, wir sind noch gar nicht auf dieser Eisschneeinsel, ne? Wir haben da hinten irgendwie abgebrannte Dingsbäume, die wir auch nicht benötigen. Allerdings machen wir hier gerade den Bergsteiger 5000 mit diesen Sachen. Und hier gibt es eigentlich auch... Wow. Irgendwas lacht hier. Habt ihr das gehört oder war das jetzt ein Clown oder sowas in der Art? Habe ich etwa einen Clown zum Frühstück gefrühstückt? What the fish? Ich mach das nicht. Das ist nicht eingefügt. Wer... Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Einfach mal. Hattet ihr... Ja! Lol. Intellektueller hat irgendein Item, wo er bei jedem Dubstep abspielen kann. Oh nein, das ist so mega nervig. Oh Gott. Das ist ja das Nervigste, was ich jemals... Alter, ich hab mich gerade eben auch so erschrocken. Alter, was hat der denn für ein Item bekommen? Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal kurz weiter nach oben gehen. Wir sind sogar schon so weit oben, dass wir die Wolken erreichen. Aber ich muss sagen, die Berge zu erklimmen geht eigentlich, ja? Oh Mann. Jetzt haben wir hier aber eine Berg... Dings. Eine Berggspalte. Das heißt, wir müssen die jetzt irgendwie außenrum erklimmen. So. Oder wir springen hier einfach irgendwie weiter drauf. So. Oh Mann. Also wisst ihr, Hardcore Heroes ist immer so eine Sache. Das ist immer ein bisschen schwieriger, hier mitzuspielen, ne? Das ist immer so ein bisschen dieser Nervenkitzel, den man hier meistens hat, ne? Das ist erstens so das, was einen richtig stört. Und dann irgendwie möchte man ja auch super gewinnen. Weil ich persönlich bin ja der, der den Titel jetzt verteidigt, ja? Und wenn ich den Titel nicht gut verteidige, dann ist es ja nicht mehr so gut, ja? Das heißt, ich möchte hier super gern wieder Hardcore Hero werden, weil zweifacher Hardcore Hero ist besser als einfacher Hardcore Hero. So, ähm, bin mir halt nicht sicher, weil Flo ist wirklich eine Gefahr, ja? Letztes Mal ist ja Flo irgendwie von Lars ausgeschalten worden, ne? Das war ja eigentlich richtig gut für mich, aber... Warte mal, wir können uns hier... Warte mal, wir haben doch diese Feder. Warte, wir nehmen einfach die Feder. Easy. Und dann nehmen wir die in die Hand und dann schweben hier runter Richtung Ziel. Yee! Warte mal, da hinten haben wir ein Tempel oder sowas. Na, glaube, sind schon über 20 Minuten. Denke ich nämlich auch, ne? Job, Ende. Ähm, yo, Ende. Okay, das heißt, wir machen jetzt wahrscheinlich hier Ende. Das heißt, ich schwebe hier nochmal kurz nach unten und dann in der nächsten Folge können wir uns gleich den Turm da gleich mal ansehen. Ein bisschen looten, ein bisschen machen. Und wir bewegen uns schon auf dem besten Weg Richtung... Oh, das ist Noxcastle. Ich glaube, das schauen wir uns an. Und danach gehen wir weiter zu Isinka. Yee! osgten osgten osgten